Moderne Glasfenster haben viele Funktionen zu erfüllen. Sie sollen Wärme- und Schalldämmend sein, darüber hinaus das Licht hereinlassen und im Sommer gegenüber Hitzung schützen. Aufgrund dieser vielen Funktionen wurden Spezialgläser für jeden Einsatzzweck entwickelt. Moderne Energiesparfenster haben eine Metallbedampfung einer inneren Glasoberfläche. Der Scheibenzwischenraum ist mit einem wärmedämmenden Gas gefüllt. Die Verbindung der beiden Gläser soll aus einem nicht gut leitenden Material ausgeführt werden. Optimal ist Kunststoff oder Edelstahl. Fenster mit drei Scheiben erleben aufgrund der Energiespartrends eine Renaissance. Damit kann man am Fenster Energie einsparen. Dadurch werden sie aber um bis zu 40% schwerer. Der Energiedurchgangsgrad wird durch drei Scheiben Fenster geringer. Eine Dreifachverglasung lässt weniger Sonnenenergie ins Haus als eine Zweifachverglasung. Hat aber dafür einen viel besseren Wärmedämmwert. An welcher Gebäudeseite welches Glas sinnvoll ist, wird durch den Energieausweis errechnet. Je größer die Fensterflächen, desto wichtiger wird der Einsatz von drei Scheibengläsern, da dadurch nicht nur Energie gespart wird, sondern sich auch die Oberflächentemperatur der Scheiben erhöht. Ver agen. Ver Corona nicht.